Eine 48 Jahre alte Frau und ein 54-jähriger Mann sind am späten Donnerstagvormittag bei einem Frontalzusammenstoß auf der B251 bei Sachsenhausen schwer verletzt worden. Der Mann aus einem Waldecker Stadtteil war gegen 11.45 Uhr in Richtung Korbach unterwegs, als er mit seinem Hyundai Geländewagen aus noch ungeklärten Gründen auf die Gegenspur gerät. Dort stieß der Wagen frontal mit einem entgegenkommenden Mercedes Vito zusammen, den die Frau aus der Großgemeinde Diemelsee steuerte. Rettungskräfte und die Notärzte aus Korbach und Bad Arolsen rückten aus. Außerdem flog der angeforderte Rettungshubschrauber Christoph 44 aus Göttingen zur Unfallstelle. Nachdem der 54-Jährige für den Transport per Helikopter vorbereitet worden war, hoben die Luftretter ab und nahmen Kurs auf eine Kasseler Klinik. Die 48-Jährige wurde in ein hiesiges Krankenhaus eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand vermutlich Totalschaden. Die Bundesstraße blieb längere Zeit vollgesperrt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017